Wenn Sie hier drücken, dann geht das Fenster auf und jetzt können Sie mich besser sehen. Hallo alle zusammen. Okay, erst der Anfang. Jetzt passen Sie bitte auf, sehr wichtig. Mit diesem Teil, also es gibt einfach mal, ich habe mitgekriegt, viele, viele da hinten machen mich verrückt. Also wirklich. Mit dieser ganzen WhatsApp-Geschichte, man. Gestern konnte ich nicht telefonieren. Ich habe eins nach dem anderen Gespräche gehabt. Abends nehme ich mein Telefon, 760 Nachrichten. Mann, was macht ihr da alles? Das ist doch crazy. Ja, das ist okay. Aber das Problem ist, an diesen Aktivitäten kann ich nicht meine eigenen Bilder danach finden. Weil wenn du am Tag ca. 200 neue Bilder am Telefon bekommst, dann suche ich dann 10 Minuten, was ich will. Das Problem ist, deswegen, nichts böse gemeint, ich steige aus vom WhatsApp und lade euch heute zu mir hier. Das ist die nächste Generation von Marketing, ich zeige es jetzt gleich. Das ist so angenehm. Beispiel, was wir hier machen können. Also ich habe dieses Knopf gedrückt. Jetzt will ich Beispiel mit jemandem telefonieren. Dann mache ich folgendes, mit wem will ich. Beispiel, Sergei. Sergei Punkt, oder? Sergei. Ah, da ist er. Internet ist ein bisschen langsam, deswegen nicht böse sein. Also die können auch Fehler machen hier. Okay, das heißt, ich habe den Mann jetzt einfach mal zum Gespräch eingeladet, wenn Sie schnellere Internet haben, das geht ruckzuck. Sie können hier mit Ihrem Telefon, mit Ihrem Telefon. Hi Sergei. Wie geht's dir? Wo bist du? Kannst du uns ein bisschen zeigen? Ja, ja. Ah, bist du bei Veranstaltung gerade? Tschüss. Habe ich nicht gewusst. Ist dein Bruder auch dabei? Ja, ja. Hey Julgen. Ich lade dich auch ein. Ich kann hier sowas von Shows abziehen. Das Ganze wird auch noch gespeichert und auf YouTube-Channel. Ich mache hier nur Metatext und ich mache hier auch kurz Beschreibungen. Dann sind wir live. So schön, oder? Ah, da gibt es noch einen. Hi Jürgen. Hallo. Wie geht es dir? Wo bist du so? Kannst du mal kurz zeigen? Ah, bist du bei Veranstaltung? Okay, ich muss ein bisschen leer sein. Ah, okay. Sehr gut, was machst du so? Okay, da sind wir wieder. Bis zu zehn Personen können Sie hier live mit Video telefonieren. Nimmt sehr wenig Traffic. Das ist total bequem, total praktisch. Das brauchen wir. Das ist aber noch nicht alles. Ich habe hier mein Wink aufsehen. Ich lock mich einfach ein. Und dann sehe ich hier, dass hier im Gespräch... Und dann bin ich gerade hier im Gespräch, ich kann von hier nach hier umsteigen, ins Auto setzen und weiterfahren. Das ist doch schön, oder? Das ist doch praktisch. Was kann ich noch hier? Dann sage ich mal bitte Jungs, schaut hier mal bitte da rein. Ich schreibe für was, ich schreibe für was, wir können auch chatten. Stuttgarter Team chatten, jeder auch. Hier. Sie können schon mal Gruppen zählen. Es ist viel besser als Skype, äh Skype, sowieso als... Wie heißt das? Wie heißt das? Whatsapp. Whatsapp? Bei Whatsapp, was kann ich dann sehen? Nur ein Bild, richtig? Ja. Hier kann ich komplett sehen, was ihr macht. Wie Doktor, wissen Sie? Ich kann dann sehen, bei wem wo was fällt. Dann kann man gleich reparieren, hier so einstellen, einstellen, einstellen machen. Okay, äh danke für, ähm, das schönste ist, ich kann mit meinem Gesprächspartner gleich hier teilen. Ich kann entweder ganzen Bildchen teilen und zeigen, wie wir machen, was wir arbeiten. Und ich kann hier, Beispiel, nur bestimmte Felder, nur PowerPoint zeigen oder nur das oder nur alles, was bei mir offen ist. Ich kann aussuchen, was ich genau teilen will. Das geht auch, äh, so richtig schnell. Okay, mit Hangout ist in Ordnung. Dann ist es möglich, dass wir das Ganze installieren können. Bis zum nächsten, bis zum nächsten, bis zum nächsten, unsere, unsere, unsere Hausaufgabe wird einfach, weil es ist so schön, Sie können ja auch live arbeiten, ist doch cool, oder?